So, da bin ich wieder live. Wo ist es denn? WCFG, HLWP, QR... Warte mal, wo war P? Da! Los, let's go, Mario. Und was mir gesagt wurde, ist... Da ist ja sogar noch... Hey, warum steht hier offline? Sollte eigentlich nicht sein. Na, okay. Gut, dann... Spielen wir mal weiter, Plug, Inc. Und roten weiter die Welt aus. Also, ich werde jetzt mal versuchen... Dich. Ähm, stimmt. Ich weiß nicht. Ah, Minos Random Mutation. Obwohl, er setzt eigentlich darauf, sich zu random zu mutaten. Rein theoretisch. Nö, das war... Franz, du, sieh. Und das hier. Und hier hab ich eh nix. Mega brutal. Nein, normal. Nein, normal. Der Neckor-Virus. Und ich glaub, Virus schreiben im Englischen, glaub ich, ist was anders. Naja. Dann... Starten wir mal. Jetzt hat es aktualisiert. Oh, ich hab zwei Reviewer. Das bedeutet, ein Reviewer bin ich. Und der andere ist irgendein anderer Mensch. Das ist ganz witzig. Hab ich jetzt herausgefunden, dass der eine Begehör ich bin. Wo fang mal denn an? Aber warte mal. Mir schau dir jetzt ein Mensch zu. Wo soll ich anfangen? Welcher... In welchem Land soll ich mit den Zombies anfangen? Und der Welt zombifizieren? Dann... Klingt der was komisch. Oder ich versuche ohne Zombies. Ist ja auch ein Achievement. Oder es Zombies entstehen. Da darfst du was in den Chat schreiben. Kannst du ruhig machen. Dann nicht. Dann nehme ich... Das ist ja auch so von den... Genau. Deutschland. Warum nicht? Kommt der Virus raus. Ey! Da frage ich ihn, was da haut er ab. Kommt er weg, ist einfach aus Deutschland. Will ich nur, dass es nach Land schreibt. Warning. Naikwörr. Ja, das soll dann sagen, dass... Der natürlich anders läuft. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ach. Ist das nicht ne schöne Musik? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ich hab jetzt die Ränge bekommen Warum ist Vogel so teuer? 10 11 12 3 2 Vogel 3 4 Eigentlich wär das gut weil der ist ja eh grad Deutscher ist ja eine Stadt Ein Stadtland Ein kaltes Stadtland Aber so fällt es eigentlich nicht Variiert halt welcher das da ist Schön Schön Ich mein die Infos Faktet Viele Deutsche Guck Frag mich ob ich einer davon bin Oh Motated Wieso Ist das hier? Ich kost Ich will Crank in our sheet So So die komische spezielle Ratte Müssen die Verbreitungsorte so Infektiv Und Ich muss mal Wieso Ich kann es noch mal Aber das ist auch D 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 Okay, noch mehr Deutsche infiziert. Schauen wir nochmal weg. Okay. 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 Es müssen mehr Menschen infiziert werden, immer mehr Menschen, immer mehr, immer mehr und mehr. Und mehr. Bis irgendwann die ganze Welt defiziert ist. Ah, schön. Aber verbreitet sich irgendwo auf Flugzeuge, ich hab eigentlich viel zu oft, ich hab eigentlich nur das eine von Schiffverbreitungen. Aber gut. Oh, da wurde der Hafen gesperrt. Und der Flughafen. Aus Deutschland fliegt wohl nichts mehr. Mutatet. Ah, das ist das erste, was dann auf die Liebe geht. Das Leben. Das erste, was tödlich macht. Macht. Ist. Whatever. So, damit ich dir das lohnen kann. We just wait. Ja, ist genau so. Auch wenn es etwas anders aufgebaut ist, aber es ist das gleiche Funktion des Dingens. Wahrscheinlich trifft das dann am Ende zusammen oder so mit der Cold-Futal-Death-Resistenz. Deswegen haben wir uns umgebaut. Sie werden auch alle infiziert. Wow. Oh, die fangen schon an. Dann... Jetzt gehen wir gleich mal das erste da dran. Ich bin auf den Nero-Dosen-Wortgelast. Baham. Hier sind ja noch... ... KEVIN... Warte, dass da was in... Oh, jetzt ist es infiziert. Koma-Symptom-Mutell... Warte. Das ist Koma. Okay, Koma ist bei den anderen Dingern immer etwas heftiger. Jawohl, nicht so. Koma, Koma. Koma hat genau... Erosplit. Koma. Das ist so eine... ...Plations-Dings. Bist du authentifiziert? Nein. Ach, hier kommt dann er. Ein paar Flugzeuge fliegen ja noch. Da auf und da aus fliegen noch ein paar. Bist du, da wäre es denn jetzt da hinkommen? Wahrscheinlich gar nicht. Sieht eigentlich schon schlecht aus, aber was solltet. Wir haben sogar schon alle. Da wäre es so, dass ich nicht mutieren würde. Ich wollte eigentlich keine Zombies haben. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt nicht mal fänglich auf die Vier. Also es ist doof bei dem Virus, wenn wir den hier nicht alle wollten können, ohne Probleme. Sondern wenn, dann nur mit Problemen. Der, das ist jetzt anlockt und so, ich weiß. Aber nein. Wo war keine Zombies? Vor allem müssten die Wände dann schon wirklich überall auf uns sein. Der ist jetzt voll viel gebracht. Ich hab so kaum zurückgeworfen. Ich glaube, ich hab so kaum. Soll das Einmittel ist da. Die Punkte bleiben auch wahrscheinlich. Das ist bei dem Brummi auch so.